so kann losgehen dann lass uns noch mal die sonne genießen hier vorne ist schon der erste hinweis immer aufdecken können ja das ist ja fix ich hoffe nicht auch die gegner letztes mal und das mal davor also heute sind die alle sehr fix unterwegs gegner oder ich hab's überlebt aber ich höre schon wieder andere ballern so hinweis habe ich aufgedeckt ausgezeichnet oh vorsicht ach du meine gute auf okay ich hab ihn erwischt noch einer was ist denn hier los ey ah emulator hat mich kaputt gemacht jubel alter das ist ja danke danke genau wie die da im stand hätte man sagen können guck nicht so blöd aber das war das war echt brutal ja erst mal drei Stück übel ey so spritze erstmal oh sehr gut voll die munnen verballert ja das geht echt ratzfatz so nachladen hier gibt's ein bisschen Munition ach das ist ja auch nur eine einschusswaffe die ich hier habe dann nehme ich lieber die dann bleibe ich lieber das habe ich auch schon mal geschafft wollte ich Munition aufheben hat diese scheiß Falle in der Hand wo ist denn das was das äh blaue irgendwie und ja ah hier ziehst du es auch da ist auch nochmal Munition oh ja super oh ich jetzt bin ich im Hühnerkäfig aber gut dass nicht der Hundestall ist alter hier kommt man gar nicht raus so ich weiß gar nicht wenn man bei den Hunden reingeht ob die kleinen Hunde einen auch angreifen ich weiß nicht also wahrscheinlich dann wie in so ein Piranha Becken rein ja alter das wäre echt übel wenn nicht oder sie sind halt zahm ich weiß nicht muss ein Stück Fleisch inschmeißen da ist auch schon der nächste Hinweis ja da oben ich guck mal wenn man da hoch kommt ist hier eine Light gibt es auf jeden Fall Munition aber manchmal ist es gar nicht verkehrt mal ein bisschen um die Ecke zu gucken da unten sind ganz oft die blöden Zombies die kommen dann auf einmal so um die Ecke gekrabbelt oh ne so wie der du standst hinter mir ja so so ich guck mal nach oben ob da noch was besonderes ist nö oh hier kann man sich ähm wieder so einen Fahrstuhl nehmen ah hast du da beide rein? bin mir nicht sicher ich komme mal ne ich glaube nicht dann geh mal rein aber ich kann oben mitfahren ja stimmt ist auch gut oh oh da ballert schon wieder einer bam 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 so alter wie weggebrezelt hast ein zombie ein zombie ein zombie ja diesmal immerhin sind wir nicht gleich gestorben das ist also also die letzte Runde die war ja echt katastrophal die war halt sehr effektiv und schnell ja ja das sind so teilweise echt kleine schleicher ne diese zombies ich glaube die schießen mal vor uns kann das sein ja oh munitionskiste ist hier oh ja munitionskiste sag ich nicht nein das gefühl die schießen sich hier gegenseitig nieder oh vorsicht hinter dir sind ein paar zombies sehr gut oh man hier irgendwie von hier was sieht oh da sind hunde oh ja hast du sie angeschossen lebe posiert vie geht geht z alleine gibt die gläb gläb Boah, diesmal sind wir hochkonzentriert Ja, genau, da wird gar nichts erzählt Oh, da ist nochmal so ein Brennen da Sehr schön, der ist auch weg, ich hasse ihn Ja, die sind echt übel Das müsste irgendwo drin sein, glaube ich Ja, ich vermute mal hier irgendwo Oder ist das oben? Oh, hier gibt es einen Haufen Waffen Irgendwie kommt hier ein kleines Zombie an Waffen gibt es hier oben? Oben, sagst du? Ja, so eine Attrappe Direkt vor dir Stimmt Heftig Kasernen oder so Wo ist denn dieses Ding? Ja, ist es weg? Ach ne, hier Was sind die? Ist es hier drüben? Sieht so aus Bestimmt da oben Ich geh mal hoch Mal gucken Oh ja, hier ist es Ausgezeichnet Oh, die Karte haben wir aufgedeckt Jawohl, die Spinne The Spider Da gehen wir noch hin Ja klar, die machen wir noch platt Und dann sagen wir Hallo Wenn wir Spider-Man ein bisschen in den Arsch treten Hier aus so einer Brücke hatten wir auch schon mal ein Feuer gefecht Dann war er auch so schräg rüber irgendwie Oh, hier sind schon welche durch Oh Die haben schon Munition geplündert Ja Ich habe die Sind das wieder so Camper Da hinten Oh ja Es hat rot geleuchtet Das ist schön Hast du einen Krieg getroffen? Ne, nur so ein Zombie Mal gucken, ob es da eine Reaktion gab oder so Ja, toll Es ist wieder Ach, das ist doch ätzend Genau Hier sind wir Ach, haben wir zu zweit sogar mal auf Irgendwem geballert Boah, es ist auch echt Du weißt nicht Hier hängen die links im Busch Ähm Sind die rechts irgendwie Ja, sind sie im Gebäude Ja Man hat echt keinen Plan Oh Das kann man von rechts hören Die Spine, weil ich höre sowas wie Flammen Also ich meine Ja Ich glaube auch Oh ja Die sind da drin Ich werfe da mal was rein, ja? Ja Nice Die are niceness Sure, sure, sure Das ist jetzt echt Risiko, was ich angehe Ja, ich komme in dir hinterher Ich weiß nicht, wo die sind Die Spine ist da Oh 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 man, die hat mich fast gekillt Ja, mich auch Ich muss jetzt warten Bis ich mich Bis das Grüne weg ist Und dann werde ich wahrscheinlich gleich erschossen Ich muss kurz raus Hm Ich glaube, das macht auch Sinn, ey Jetzt habe ich mich verbunden Alter, scheiße Die hat dich erwischt Hm Ich muss mal raus Ja, ich habe sie erwischt Ah, super Das Blöde ist, dass der Typ natürlich hier noch drin ist Ja, warte, ich verbinde mich mal Und dann komme ich mit rein Ah, nee, warte mal Ich gebe mir mal Oh, ich bin erschossen worden Der ist irgendwo draußen Oh Draußen So, warte mal Wie liegst du denn Du liegst so Der wird wahrscheinlich hier links sein Keine Ahnung Oder ich weiß nicht, ob er mich von drinnen getötet hat Aber eigentlich nicht Ich glaube nicht Ja, das war Alter Richtig gut, ne Ich habe mich richtig erschrocken Nee Vielen Dank.